Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren Video aus meiner nicht enden wollenden Serie Energie und Klima und zwar der Unterserie Plan B für das Klima. Und heute will ich euch in ein wirklich heißes Land nah am Äquator entführen. Und da war ich die letzten zehn Tage und habe mit Leuten geredet, ich habe mir die Gegend angeschaut und auch ein bisschen mich über die Wirtschaft informiert, über Penang. Penang, das ist eine Insel, eine etwas besondere Insel in Malaysia. Also der Titel des Videos ist Deindustrialisierung live, ein Besuch in Penang in Malaysia. Und was ich mit Deindustrialisierung live meine, das wird im Laufe dieses Videos wohl dann klarer werden. Ja, zunächst mal zu Malaysia selber, also es ist hier nah am Äquator. Wir sehen hier rot markiert, also dieses Wikipedia-Bild, wo es ungefähr ist. Das liegt ja irgendwo zwischen, ja zwischen Bangkok und Singapur. Es ist ein Schwellenland in Südostasien. Also Schwellenland bedeutet, es ist kein dritte Welt- oder Entwicklungsland mehr oder kein wenig entwickeltes Land, sondern ein Land, was also sich beteiligt an der Aufholjagd zu den westlichen Industrieländern. Es ist etwa so groß wie Deutschland in der Fläche, hat aber nur weniger als die Hälfte an Einwohnern, also 34 Millionen Einwohnern. Es ist ziemlich arm im Vergleich zu Deutschland und erst recht im Vergleich zur Schweiz oder zu Österreich, nämlich das BIP, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, das ist weniger als ein Viertel oder so ungefähr ein Viertel, wie etwa in Deutschland. Das heißt auch für Touristen aus Deutschland oder Besucher aus Deutschland oder aus der Schweiz erst recht oder aus Österreich, da ist es dort eben relativ preiswert. Es ist also ein Land auf dem Weg zu einem hohen Lebensstandard und wie hoch, das werden wir da noch sehen, aber es ist noch ein ganz schön weiter Weg zu gehen. Ja und Penang ist da eine besondere Zone innerhalb von Malaysia. Es ist eine Insel und man sieht es jetzt hier nicht so gut, das ist also hier ein Teil von Malaysia und zwar also auf der malaysischen Halbinsel. Hier ist Kuala Lumpur, das ist die Hauptstadt und da, wo der rote Pfeil hin zeigt, da haben wir Georgetown und das ist eben sozusagen die größte Stadt auf dieser Insel Penang. Und das ist erstmal vom Tourismus her eine interessante Insel, also viele Singapurianer machen dort Urlaub. Es ist ein Wirtschaftszentrum und es gibt eine Freihandelszone dort. Und was das bedeutet und auch was das für die deutschen Unternehmen und dieses Stichwort Deindustrialisierung bedeutet, das will ich dann noch näher erklären. Es ist also das zweitgrößte, zweitstärkste Wirtschaftszentrum in Malaysia, die Insel Penang. Ja und hier haben wir sie nochmal ein bisschen größer, also jetzt haben wir reingezoomt. Hier sehen wir also auf dem Festland Butterworth, das ist ja die Stadt auf dem Festland. Hier haben wir die Autobahn. Es gibt zwei große Brücken, die Penang mit dem Festland verbinden und hier haben wir dann Georgetown und das ist sozusagen die Hauptstadt oder die eine große Stadt auf dieser Insel Penang. Ja und dann erstmal zum Klima. Also Malaysia liegt ziemlich dicht am Äquator und das haben wir ja gerade schon an der Weltkarte gesehen und das heißt es ist wirklich heiß. Also und es war für mich faszinierend mit den Menschen dort zu reden. Ich habe mit allerhand Leuten geredet, was sie denn von dem Thema Klimaerwärmung halten. Denn in Malaysia und übrigens auch im benachbarten Thailand, da ist es eben wirklich warm. Und wir sehen hier diese Klimatabelle, die habe ich hier, ja das ist so eine typische Klimatabelle hier von Penang, jetzt nicht von Malaysia, das ist natürlich ähnlich wie in Deutschland, da gibt es ja Norddeutschland, Süddeutschland, da gibt es ja Unterschiede. Also jetzt für Penang ist die Tageshöchsttemperatur mehr oder weniger unabhängig von der Jahreszeit immer oberhalb von 30 Grad und die Minimaltemperatur in der Nacht, die sinkt dann ein bisschen unter 25 Grad ab. Es ist also wirklich warm, auch in der Nacht und wir haben dann eine mittlere Temperatur, je nachdem wo man im Internet nachschaut, kriegt man da immer etwas unterschiedliche Zahlen, von 28 Grad. Das ist also die Jahresmitteltemperatur, 28 Grad. Und die könnte man zum Beispiel vergleichen mit der globalen mittleren Temperatur, die liegt ja etwa bei 15 Grad und das ist diese Temperatur, die sich jetzt eben um 1 Grad, 2 Grad oder sogar noch mehr erhöhen wird oder schon erhöht hat um mehr als 1 Grad. Und die mittlere Temperatur, die Jahrestemperatur in Deutschland, liegt bei 10 Grad. Ja, und dann gibt es allerdings noch eine Regenzeit hier, das ist September, August, September, Oktober, da regnet es ein bisschen mehr, ansonsten gibt es aber, weil es eben nah am Äquator ist, kaum einen Jahreszeitengang. Es ist also einfach immer warm. Ja, und jetzt habe ich die Leute dort gefragt, ja, das macht man auf Englisch, weil in Malaysia ja die meisten Menschen ziemlich gut Englisch können, da habe ich die gefragt, was haltet ihr denn von der Gefahr der Klimaerwärmung? Dass es um 1,5 Grad oder gar 2 Grad wärmer wird. Ja, und dann haben die schon meistens gesagt, ja, ja, davon haben sie gehört, aber ja, sie wissen jetzt auch nicht so recht, was sie damit anfangen sollen. Das ist also scheinbar kein großes Thema. Aber es kam dann immer die Rückfrage, ja, Sie wissen ja, in Deutschland, da gibt es diese Energiewende und diese Klimadebatte, Klimadebatte und, aber Deutschland sei doch ein kaltes Land. Die Menschen in Malaysia wissen das, übrigens auch in Thailand, weil viele Deutsche oder auch Touristen aus Nord- und Mitteleuropa ja im Winter fliehen und dann genau in diese Länder ausweichen. Das heißt, es gibt viele Deutsche, die man dort trifft, die sind da im Winter und überwintern dort. Ja, deswegen wissen die Malaisen, dass der Winter in Deutschland kalt ist. Ja, und da kam dann die Rückfrage, ja, also Klimaerwärmung ist ja schön und gut, bei uns ist es sowieso warm. Wie warm ist es denn bei euch? Müsst ihr Angst haben, dass es zu warm wird? Ja, dann habe ich gemeint, ja, also in Deutschland ist die Jahresmitteltemperatur 18 Grad niedriger als in Penang. Ja, und dann kam die Rückfrage und die Deutschen machen sich jetzt große Sorgen darum, dass es um 1,5 Grad oder 2 Grad wärmer wird, als wo sie doch in so einem kalten Land wohnen, in dem es sowieso 18 Grad kälter ist im Jahresmittel als in Malaysia. Also die Menschen haben das überhaupt nicht verstanden. Die wussten gar nicht, was los ist. Ich habe dann gemeint, ja, das hört sich jetzt wenig an, 1,5 Grad, aber dann gibt es ja mehr Extremereignisse, dann steigt die Temperatur vielleicht mal über 40 Grad. Und dann meinten die Maleien, ja, über 40 Grad steigt die Temperatur bei uns auch schon mal, ja. Da wird es auch manchmal sehr trocken und sehr unangenehm. Aber sie konnten sich nicht vorstellen, dass das, also sie wissen schon, das ist ein Problem, insbesondere global gesehen, aber es hat sie nicht in Aufregung versetzt. Und insbesondere haben sie auch gar nicht verstanden, warum nur ausgerechnet ein so kaltes Land wie Deutschland sich darüber so große Sorgen macht. Ja, und dann habe ich es noch gewagt, da musste ich mich aber zu aufraffen, weil ich Angst hatte, dass ich da möglicherweise auf krasses Unverständnis stoße, dass ja manche meinen, dass wenn wir jetzt nicht in wenigen Jahren global das Ruder rumreißen, dass wir dann aussterben und verglühen werden. Und da haben mich die Freunde, die ich da hatte, doch so angeguckt, als wäre ich jetzt langsam reif für, ja, ich will nicht sagen die Klapsmühle, aber schon für eine ernsthafte Betreuung meiner mentalen Gesundheit. Die Leute konnten das überhaupt nicht nachvollziehen mit dem Aussterben in diesem heißen Land. Also das war meine Begegnung, mein zaghafter Versuch mit den Menschen dort über eben die Klimaerwärmung zu diskutieren und auch eben die Vorbildrolle, die Deutschland beansprucht, da ja mal zu fragen, was haltet ihr davon? Das war einfach krasses Unverständnis. Ja, aber zurück, das war jetzt nur die Einleitung, nochmal, hier ist ein Wikipedia-Bild von Georgetown, das ist der Norden von Georgetown hier, Norden von Penang. Wir sehen hier also jede Menge von diesen Hochhäusern, die sind alle relativ neu gebaut worden. Penang ist ein Wirtschaftszentrum, es gibt einen Zuzug von Bevölkerungen, teilweise sehr hoch ausgebildete Leute aus allen Teilen Asiens und natürlich auch Malaysias. Sehr viele Unternehmen siedeln sich da an und es ist nicht genug Platz, deswegen hier diese vielen Gebäude, die 30 oder 40 Stockwerke hoch sind und es sind größtenteils Wohnhäuser, die wir hier sehen. Und hier habe ich mal ein eigenes Bild gemacht, hier das an der Nordküste, hier sehen wir also diese riesengroßen Türme, in denen sehr viele Menschen leben. Einige, wenige von ihnen sind auch Hotels, die niedrigeren, aber die großen Brummer, da sind also die vielen Menschen untergebracht. Und ich hatte mir immer vorgestellt, dass dieses Wohnen in so einem Hochhaus, das so ein bisschen wie Massentierhaltung, ja, sehr unangenehm ist, aber wir hatten selber ein Apartment gemietet für diese 10 Tage im 30. Stock, genau eines solchen Gebäudes, wie wir es gerade eben auf den beiden Bildern gesehen haben und hier ein Blick aus unserem Wohnzimmer heraus, hier sieht man, also wir waren im 30. Stock, das Gebäude hatte 40 Stockwerke und man sieht hier die benachbarten Hochhäuser und ich muss sagen, also das Leben in so einer Hochhauswohnung ist doch ganz erstaunlich komfortabel, man gewöhnt sich daran und ich glaube mit der Bevölkerungszunahme, die ja etwa bei, was haben wir alle zwölf Jahre, eine Milliarde mehr Menschen, werden wir uns am Ende, also nicht ich persönlich, aber jetzt die nächsten Generationen doch damit anfreunden müssen, dass wir doch vermehrt in solchen High-Rises, in solchen Hochhäusern wohnen. Ich muss sagen, mir hat das eigentlich verblüffend gut gefallen, obwohl ich ein bisschen skeptisch war zunächst und das ist eigentlich die Art zu wohnen für viele der Menschen in Penang. Ja, mein Video, das war also alles Einleitung, es dauert also ein bisschen länger hier, mein Versuch, die Menschen in so einem heißen Land zu verstehen, am heißen Schwellenland, Penang. Wir haben hier diese Themen, die ich kurz ansprechen werde, dauert nicht so lange, ich gehe jedes Thema sehr rasch durch, also die Klimaproblematik hatte ich ja schon mal kurz angesprochen, da erntet man Unverständnis. Umweltschutz, wichtiges Thema, Aussterben, vollkommen, also man muss aufpassen, dass man nicht eingeliefert wird. Energiepreise, Energiesparen, Dekarbonisierung, E-Mobilität, Wirtschaftsansiedlung, das ist die deutsche Deindustrialisierung, wie wir sehen werden. Bildungssystem, Gesundheitssystem, Lebensgefühl und das ist die Sicht auf den Westen. Ja, das wird jetzt im Folgen gekommen, ich versuche das mal in 30 Minuten zu machen hier. Wie gesagt, mich haben diese 10 Tage in Penang, in Malaysia enorm beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Ich versuche das jetzt hier wieder zu geben. Zunächst mal noch vielen Dank an unsere Unterstützer für unser Team. Ohne euch gäbe es wirklich diesen verflixten Kanal nicht mehr. Wir werden ja auch viel angegriffen, weil wir versuchen, ein bisschen mehr Vernunft in die Energie- und Klimadebatte zu bringen. Und dann habe ich ja noch meine Reise zum Ende der Welt, was ja auch fast, also ich finde es faszinierend mit einem virtuellen Raumschiff, wirklich, wir sind jetzt beim Mars, nächstes Mal kommt die Venus, zum Ende der Welt zu reisen. Also man kann über PayPal an eine dieser beiden E-Mail-Adressen hier uns eine Unterstützung zukommen lassen oder dann, also PayPal kann ich eben eine Kurznachricht als Dank schreiben, mache ich auch immer. Oder eben an eine dieser beiden Konten hier, an meine GmbH, über die der Kanal betrieben wird. Das ist eine Schweizer Bank, weil der Kanal selber ist in der Schweiz beheimatet. Und das ist einmal ein Euro-Konto und das ist die IBAN für das Schweizer Franken-Konto. Und hier sind die anderen Daten dazu. Also vielen Dank an die Menschen, die daran Interesse haben, dass dieser Versuch von mir für doch nach bestem Wissen und Gewissen objektive Informationen in Sachen Klima und Energie, aber auch andere Themen der Physik, also jetzt eben die Reise zum Ende der Welt, um das auch im Jahr 2024 ohne die Unterstützung der Universität, ich bin ja seit über einem Jahr ausgeschieden aus der Uni, altersbedingt, das weiterführen zu dürfen. Also vielen Dank an euch alle. Kommen wir nun zum eigentlichen Inhalt des Videos. Also Punkt 1 meiner Liste, die ich gerade gezeigt habe, war die Klimaproblematik. Und ich hatte schon erzählt, dass die Leute also wenig Bewusstsein haben über das Problem. Sie kennen das natürlich, aber es ist keine Debatte, die jetzt zu großen politischen oder gesellschaftlichen Veränderungen in Malaysia führen wird. Was ich in der Zeitung gefunden habe, und das ist hier The Star, das ist so eine Zeitung, die man in Penang auf Englisch liest. Und da gab es als einziges in diesem Zeitraum, wo ich geschaut habe, einen Artikel über den Angriff von Klimaaktivisten in Paris auf dieses berühmte Gemälde der Mona Lisa. Und da muss ich sagen, das gilt ja sowohl für Malaysia als auch für Thailand, dass solche Angriffe auf Kulturgüter oder auf Tempel oder auf Nationaldenkmäler von irgendwelchen Aktivisten in diesen Ländern vollkommen undenkbar sind. Es passiert einfach nicht und ich glaube, sollte ein Aktivist aus Europa da mal so eine Attacke gegen irgendein Tempel oder ein Nationaldenkmal wie die Mona Lisa oder ein Kunstwerk wagen, der wird da so schnell aus dem Gefängnis nicht wieder rauskommen. Also auch hier eigentlich eine unverständliche Beobachtung der Vorgänge in Europa, wo sich Klimaaktivisten gegen die eigenen Kulturgüter wenden und versuchen, die zu zerstören. Ja, zum Thema, also das war Thema Klima, zum Thema Umweltschutz, das ist durchaus im Bewusstsein der Menschen, da wird auch viel getan. Hier haben wir so ein Bild von einem Hindu-Festival, an dem wir also als Besucher dabei waren. Das war so ein Open-Air-Festival, riesengroß und jede Menge Leute, also Hunderttausende von Menschen. Das ist hier so eine Detailaufnahme von so einer Müllecke. Da gibt es also Müllecken, aber erstaunlich wenig Müllecken. Und auf diesem Festival war es eben besonders intensiv, aber man sah überall Menschen, die auch den Plastikmüll eingesammelt haben. Und es ist eine große Bereitschaft da, wirklich in eine Kreislaufwirtschaft zu gehen und auch eben die vielen Plastikflaschen. Das Wasser ist ja ein großes Problem in solchen Ländern, weil das Trinkwasser nicht unbedingt so sauber ist, dass man als Westler, als Europäer das unbedingt trinken sollte. Dass man also tatsächlich immer dieses Wasser an Plastikflaschen kauft und entsprechend hoch ist das Aufkommen an Plastikflaschen. Aber es wird sehr daran gearbeitet, diese Plastikflaschen oder auch den anderen Müll zu recyceln. Ein hohes Bewusstsein für Umweltschutz, aber eben weniger für die Klimaproblematik. Ja, dann hatte ich schon erwähnt, schon in der Einleitung, dass sich das Thema aussterben, dass wir verglühen. Da gibt es ja auch ein Buch, glaube ich, von einem Klimaforscher, das heißt Selbstverbrennung. Da, ja, das habe ich nur einmal versucht, in so einem Kreis von Malaien anzusprechen und dann hatte ich gedacht, jetzt werde ich eingeliefert. Ja, also das mache ich nicht nochmal, das anzusprechen, dass man wegen Überhitzung da ausstirbt. Das können die Menschen in diesen sehr heißen Ländern gar nicht verstehen. Ja, wobei Überhitzung eben heißt, es wird mehr als zwei Grad wärmer. Unverständnis. Ja, und dann das Interessante jetzt im totalen Kontrast zu Europa, insbesondere zu Deutschland, die Sache mit den Energiepreisen. Hier haben wir ein Foto von so einer Tanksäule, einer Tankstelle und wir werden noch sehen, es gibt unglaublich viel Verkehr auf Penang und in Malaysia und auch in Thailand. Und wir sehen hier den Energiepreis, also den Literpreis. Also ich habe das hier mal vergrößert, weil das ist hier ganz klein zu sehen, hier und hier. Ich habe es vergrößert, 3,47 das Superbenzin und 2,05 das Normalbenzin, das sind Ringgit. Und 5 Ringgit sind 1 Euro. Das heißt hier, das Normalbenzin mit 2,05 Ringgit, das kostet ungefähr 40 Cent. Das heißt, es liegt unter dem Preis, den das Rohöl, das ich ja brauche, um das Normalbenzin zu fabrizieren, den das Rohöl kostet. Das bedeutet, das Benzin wird runtersubventioniert. Das ist das Gegenteil davon, dass man immer mehr Steuern, CO2-Steuer, Erdölsteuer, was nicht alles da draufhaut, sondern es wird reduziert, weil die Regierung in Malaysia will den Standort Malaysia besonders attraktiv machen für Unternehmen und auch für Menschen, die dorthin ziehen. Man ist der Meinung, dass man durch niedrige Energiepreise einen Wirtschaftsboom erzeugen kann. Das Benzin ist also spottbillig. Und diese Benzinpreise sind von der Regierung so vorgeschrieben. Das heißt, es kostet überall genau dasselbe, so viel ich verstanden habe. Also es wird runtersubventioniert. Das Gegenteil von hoch subventionieren oder teurer machen. Ja, und die Malayanen sind sogar stolz drauf. Das ist hier so ein Screenshot von einer Seite. Malaysian Investment Development Authority. Das heißt, hier wird also versucht, Industrieansiedlungen anzutriggern aus dem Ausland. Und sie sind stolz drauf, dass sie das viertpreisgünstigste Land sind, in dem man leben kann. Most affordable country. Und es geht da zum Beispiel um die Elektrizitätspreise. Und der Elektrizitätspreis nach diesem Artikel hier liegt bei 5 USA-Cents. Also das wären so 4, irgendwas Euro-Cents pro Kilowattstunde. Ja, das kann sich jetzt ein deutscher Stromverbraucher gar nicht mehr vorstellen, wo der Strompreis irgendwo, ja man weiß es gar nicht mehr, schwankt sehr stark. Zwischen 30 und 50 Euro-Cents liegt. Also ungefähr dem Zehnfachen. Elektrizität ist sehr, sehr preiswert. Auch das durchaus in der Intention der Regierung, das Land als Standort für Unternehmen und auch für hoch ausgebildete Arbeitskräfte attraktiv zu machen. Und das hat dann interessante Ausblühungen, die jetzt für unsere einen so vollkommen unverständlich sind. Wir sehen hier eine Bühne, schwarz links hier. Und das war vor einer Veranstaltung, da hatten sie schon Stühle aufgestellt. Und wir sehen hier diese Kästen. Und diese Kästen, das sind Klimaanlagen. Die pusten kalte Luft zu den Leuten, die da auf diesen Sitzplätzen Open Air sitzen. Da laufen also Klimaanlagen, also kühle Luft, das ist ja sehr warm da, kühle Luft da also draußen gegen die dort sitzenden Menschen pusten. Und das ist natürlich in unseren Augen hier in Europa die totale Energieverschwendung. Ist aber relativ häufig zu sehen, solche fahrbaren Klimaanlagen, die durchaus auch im Außenbereich im Einsatz sind. Das ist das Umgekehrte wie die Heizbieren, die jetzt in Restaurants mit Außenbetrieb in Europa in der Übergangsjahreszeit dann draußen stehen, damit man da noch eine Weile länger draußen im Garten sitzen kann. Es aber eigentlich zu kalt ist. Und da weiß ich gar nicht, ob die überhaupt noch erlaubt sind. In Europa oder in Deutschland oder in der Schweiz. Das sind also sozusagen Kühlbirnen hier. Natürlich eine Folge des sehr niedrigen Elektrizitätspreises. Und ich muss sagen, also als Mitteleuropäer hält man es also in dieser Hitze eigentlich zumindest in der Mittagszeit kaum aus. Das heißt, die Wohnungen sind immer klimatisiert. Das ist hier nochmal ein Bild von unserem Wohnzimmer in unserer Hochhauswohnung. Da hat es sogar zwei Klimaanlagen. Das sind hier diese Kästen oben an der Wand. Und für uns reicht also eine, um es runter zu kühlen. Also nur diese hier ist in Betrieb. Und damit kriegt man die Raumtemperatur eben runter auf 22 oder 24 Grad, die sonst also auf deutlich über 30 Grad hochlaufen würde. Und das sind diese zwei Komponenten Klimaanlagen. Da gibt es also immer ein Außengerät, was dann die Wärme aus dem Raum nach draußen raus transportiert. Aber diese Klimaanlagen haben praktisch alle auch die weniger einkommensstärken. Mal allein, man findet es an praktisch allen Häusern, auch in ärmeren Wohngebieten, sind überall diese zweiteiligen Klimaanlagen installiert. Und außen sieht man immer die Außengeräte. Es ist schon ganz normal, dass man da eine Klimaanlage hat, um da über die heiße Mittagszeit zu kommen. Ja und dann zum Autoverkehr hier. Zur Frage der Dekarbonisierung, das Verbrennerverbot in Europa und die Elektromobilität. Also wir sind da immer mit so einem Fahrdienst, ähnlich wie so Taxi sind das, sind wir rumgefahren. Weil man fährt auf der linken Seite, da kann ich also auf gar keinen Fall fahren. Nicht, weil ich nicht auf der linken Seite fahren kann in Australien. Nee, wo fahren Sie? Irgendwo in Neuseeland fahren Sie auf der linken Seite. Da kann man schon fahren. Aber das ist so ein Gewusel, dass man als... Also ich kann da jedenfalls nicht Auto fahren. Ich war also auf so Fahrdienste angewiesen. Sind da sehr viel rumgefahren. Und hier sehen wir also eine typische Stadtstraße in Penang hier. Das ist schon eine Hauptverkehrsstraße. Aber es gibt mehrere von dieser Sorte hier. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5 Spuren. Und die sind dann, also hier war die Ampel rot, die sind dann über Kilometer zurückgestaut. Sehr viele Verkehrsstauungen. Und was sehr auffällt hier ist, es sind sehr viele SUVs dabei. Und eben, also größere Autos und eigentlich überhaupt keine Fahrräder und auch sehr viele Mopeds. Das sieht man hier am nächsten Bild. Das ist also vorne an der roten Ampel jetzt. Ich war auf einer Fußgängerbrücke, habe in die andere Richtung fotografiert. Da fahren immer zwischen den Autos diese Mopeds und Motorräder nach vorne vor. Die sammeln sich dann während der Rotphase. Und hier sieht man typischerweise die Autos. Es gibt sehr viele Verbrenner, also ich würde sagen 95% oder so sind Verbrenner. Sehr viele SUVs, also sehr große Autos. Auf der Insel Penang, wie gesagt, es gehört zu diesen Wirtschaftsboom-Zonen in Malaysia. Viele Mopeds, Motorräder, kaum E-Mobile. Also ein Freund von uns, der hat tatsächlich ein E-Mobil, ziemlich großes. Ja, allerdings hat er eben mehrere Autos und so gut wie keine Fahrräder. Es gab dann immer mal einen Fahrradfahrer. Ja, typischerweise also kein Malaya, sondern offensichtlich Amerikaner oder ein Europäer. Und das hat immer großes Aussehen erregt, wenn da mal so einer auf dem Fahrrad da rumfuhr, was auch, ich glaube, lebensgefährlich ist, weil der Verkehr ist sehr wüst dort in diesem Land, in Malaysia. Und noch ein bisschen wüster ist er in Thailand. Ja, und dann gibt es diese freie Handelszone. Und jetzt kommen wir zu der Deindustrialisierung live. Deindustrialisierung von Deutschland. Denn da wandern Unternehmen ab oder zumindest investieren sie nicht mehr in Deutschland. Die Standorte in Deutschland werden nicht unbedingt abgebaut oder auch in der Schweiz oder in Österreich oder in Europa, sondern es werden neue Standorte in solchen Ländern wie in Malaysia, in Penang aufgebaut. Und das Besondere ist eine Freihandelszone. Da muss man sich ein bisschen erkundig machen. Ich bin jetzt kein Wirtschaftsexperte, was eine Freihandelszone ist. Aber soweit ich verstanden habe, gehört, dieses Gebiet, obwohl es auf Penang eine Fläche ist, nicht zu Malaysia. Es fallen also keine Gewerbesteuern oder andere Steuern an. Wohl für die Leute, die da arbeiten. Die wohnen ja dann nicht in der Freihandelszone, sondern draußen in Penang. Die müssen da ganz normal ihre Einkommensteuer bezahlen. Aber die Unternehmen müssen keine Gewerbesteuer bezahlen. Sie sind sozusagen in einem Niemandsland, wo keine Steuern, kein Staat Steuern erhebt. Neu müssen die Malaien in dieser Freihandelszone diese globale Mindeststeuer, die vor, ich glaube, 2021 oder so vereinbart wurde, erheben. Haben das aber, soweit ich verstanden habe, nochmal um ein oder zwei Jahre rausgezögert. Das heißt, da werden plötzlich ungefähr 10 oder 15 Prozent Steuern für diese Unternehmen dort fällig, weil eben sich die internationale Gemeinschaft auf eine globale Mindestgewerbesteuer oder Unternehmenssteuer geeinigt hat. Aber ich habe jetzt im Wall Street Journal gelesen, dass nicht einmal die USA tatsächlich diese internationale Vereinbarung bisher auch nur ansatzweise umgesetzt haben. Also bisher ist es so, dass in dieser Freihandelszone für die Unternehmen, die sich dort ansiedeln, keinerlei Steuern anfallen. Es ist also eine bestimmte Fläche auf Penang im Süden von Georgetown. Hier kann man im englischen Wikipedia ein bisschen näher was dazu lesen. Und ich habe hier mal so eine Collage angefertigt. Wir sind also da mit dem Auto mal durchgefahren, kreuz und quer, das ist so ein Industriegebiet. Und ich habe Fotos gemacht und man findet also überall viele große, alles Neubauten, sieht alles nagelneu aus. Jede Menge angesiedelte Unternehmen. Wir haben hier Osman, Osram zum Beispiel, Broadcom, Intel hat sehr große Investitionen dort getätigt. Das ist so ein Chip-Hersteller. Plexus, Bosch haben wir hier ebenfalls ein Unternehmen, wo ich bisher dachte, das ist eigentlich ein deutsches Unternehmen. Nehmen Agilent hier und dann noch viele andere. Ich kann sie gar nicht alle nennen. Es sind Unternehmen aus den westlichen Ländern, die dort große Industrieansiedlungen, also Fabrikationsbetriebe, gebaut haben. Oder noch bauen. Hier gibt es also auch, hier sieht man nur die Kräne, da habe ich nur so einen Ausschnitt genommen. Ist sehr viel in Bauen. Und hier, ganz unten, hier sieht man also das Hinweisschild, das ist die Zone per Industrie, Bebas Faser 3. Es gibt vier Phasen, also das wurde in vier Phasen ausgebaut. Diese Industriezone, diese Freihandelszone, weil sie da die ganze Zeit wächst. Und die Dynamik in diesem Bereich, die sich einfach durch die Bautätigkeit und dieses quirlende Leben niederschlägt, die ist schon sehr beeindruckend dort. Das zur Wirtschaft. Also Malaysia und Benang bemühen sich aktiv um die Ansiedlung, insbesondere von Unternehmen aus Europa und aus den USA, durch super günstige Bedingungen. Das gelingt. Ja, wenn man jetzt aber hoch ausgebildete Leute dort ansiedeln will und meine Freunde, die ich da besucht habe, also einige der Freunde, ein Pärchen, die sind ausgewandert nach Penang eben, die wohnen dort. Die sind natürlich auch interessiert daran, dass es gute Schulen gibt. Und da habe ich mal nach Schulen in Georgetown geschaut und da gibt es also hier, das sind die Screenshots von vier dieser Schulen. Die betonen immer, dass sie internationale Schulen sind, der Unterrichtsgrößtenteils in Englisch. Und sie betonen sehr, dass sie also so High-Level-Education machen. Und auch mal allein mit dem ich sprach, ein Manager von einem großen internationalen Unternehmen, der eben meinte, dass Bildung zumindest für einen Teil der Bevölkerung in Penang und Malaysia extrem wichtig ist. Also Bildung, hoch aufgehängte, sehr gute Bildung in solchen elitischen und in Privatschulen natürlich, soweit ich das begriffen habe, die ist eben sehr wichtig für die Menschen dort. Das heißt Bildung, da wird massiv in Bildung investiert. Und das muss ich, da ich ja die meiste Zeit meines Lebens in Deutschland im Bildungssystem an der Universität tätig war, muss ich sagen, das ist in Deutschland nicht der Fall. Gesundheitssystem, das wäre so ein Ding, wenn man jetzt zum Beispiel als Pensionär auswandert, man ist also auch als Rentner willkommen in Malaysia. Man muss nur nachweisen, dass man ein Auskommen hat. Es ist natürlich wichtig, dass man ein gutes Gesundheitssystem hat. Und hier ist so ein Screenshot von so einer Seite, die so Vergleiche macht zwischen den Gesundheitssystemen verschiedener Länder. Und da ist Penang, nicht Malaysia insgesamt, aber Penang kommt sehr gut dabei weg. Ein hervorragendes Gesundheitssystem. Und die älteren Deutschen, die ich dort traf, die haben keinerlei Sorge, dass sie da eventuell nicht super gut versorgt werden. Sie meinten, das Gesundheitssystem in Malaysia sei sicher besser als das in Deutschland. Ja, jetzt kommen wir zum Schluss meines Videos, Zusammenfassung, das Lebensgefühl. Und das Lebensgefühl in Penang, sowohl von den Ex-Pats, also die Europäer, auch deutschen Schweizer, Schweizer, die sich da angesiedelt haben, aber auch die Maleien selber, ist ein ganz anderes als in Europa. Es gibt eine Aufbruchstimmung, die ist überwältigend und es gibt eine fantastische Lebensfreude. Und das ist das, was mich so sehr beeindruckt hat, während ich dagegen hier immer lese, dass wir demnächst verglühen werden wegen der Hitze in Deutschland. Ja, also es ist schon wirklich so ein krasser Unterschied. Und dann habe ich mich eben mit mehreren Leuten, aber auch einem der Top-Manager eigentlich von so einem internationalen Konzern selber, also ein Malaya mit chinesischen Wurzeln, mit dem Blick auf den Westen, hatte ein sehr differenziertes Bild. Und er meinte, dass der Westen, also insbesondere die USA mit den vielen Obdachlosen in den Innenstädten der USA, eigentlich ein Bild von Verwahrlosung zeigt. Das sind diese vielen Obdachlosen. Auch in Deutschland hier ist ein Bild von DW, Deutsche Welle, 150% Anstieg von der Obdachlosigkeit seit 2014, dass man einfach durch die Städte geht, wie auch Berlin und diese Verwahrlosung der Gesellschaft sieht. Und er erklärte mir, dass er sehr stolz darauf ist, dass es so gut wie keine Bettler und so gut wie keine Obdachlosen in Penang, über die anderen Teile von Malaysia kann ich nichts sagen, aber in Penang gab es keine Obdachlosen und keine Bettler. Und das ist ein krasser Unterschied. Es war außergewöhnlich sauber, muss ich sagen, wirklich erstaunlich. Also wie gesagt, die anderen Teile von Malaysia habe ich bisher nicht besucht. Ich habe nur diese boomende Wirtschaftsregion besucht. Ja, also der Blick auf den Westen eher so eine Verwahrlosung, auch dass das Bildungssystem immer schlechter wird. Ja, so hört man jedenfalls. Da ist eben die Frage, inwieweit der Westen mit diesen boomenden asiatischen Ländern noch mithalten kann. Und ich muss zum Schluss irgendwie ein bisschen sagen, ich verstehe eigentlich nicht, warum nicht einfach alle dahin auswandern. Weil das ist phänomenal. Also Zusammenfassung. Penang in Malaysia, ein Besuch im Januar 2024. Aufbruchstimmung, Wirtschaftsboom. Die Menschen sind optimistisch und lebensfrau. Klima kaum ein Thema, allerdings Umweltschutz. Ich will damit nicht sagen, dass das Klima kein Problem ist. Im Gegenteil, ich habe jede Menge Videos gemacht. Ich weiß sehr genau, was das Klimaproblem ist. Und ich bin zu 90 Prozent in Übereinstimmung mit dem Weltklimarat. Aber diese politische Übertreibung in Deutschland, die wirkt sich inzwischen regelrecht negativ auf das Land und auch auf die Schweiz und Österreich aus. Klima kaum ein Thema für diese Menschen, da ist ja sowieso sehr heiß. Allerdings Umweltschutz, ganz wichtig. Steigerung, das ist die Politik dort des Lebensstandards durch niedrige Energiepreise. Hohe Bautätigkeit, Anwerbung von Industriebetrieben aus dem Westen, Freihandelszonen, Experts, die steuerfrei leben. Achso, das wollte ich vielleicht noch sagen. Wenn man sich da als Rentner anzieht, muss man gar keine Steuern bezahlen. Also vorausgesetzt, man meldet sich in seinem Heimatland ab. Das ist so eine Steuervereinbarung zwischen den Ländern. Also sehr erstaunlich. Deutschland ist auf gar keinen Fall ein Vorbild. Unverständnis und Lächeln für die Weltuntergangsvisionen der Deutschen. Beschädigung kultureller, religiöser oder nationaler Güter durch Aktivisten ist schlichtweg unvorstellbar. Eine Einzelmeinung, vielleicht hier von meinem Managerbekannten. Der Westen befindet sich im Niedergang, Problem sei der Mindset, das was die Menschen im Kopf haben, diese Depressivität. Ja, das ist also mein Eindruck aus meinen 10 Tagen in Penang. Wirklich ein vollkommener Kontrast zu Deutschland und auch ein Kontrast zu Österreich und der Schweiz. Aber Österreich und Schweiz finde ich nicht ganz so depressiv wie das heutige Deutschland. Vielen Dank für diesmal und bis zum nächsten Mal.